Hi Pyros und herzlich willkommen zu einem weiteren Neuheiten-Testvideo hier bei Pyro Extreme Germany. Heute stelle ich euch mal die Spinning Blinker von Bröckhoff vor. Eingestuft sind diese kleinen Bodenwirbel mit Blink-Effekt, so nenne ich sie jetzt mal, in der Kategorie 1. Die NEM pro Stück liegt bei ungefähr 2 Gramm, sprich die ganze Packung mit 8 Stück liegt bei 16 Gramm NEM. Die Teile sehen auf jeden Fall sehr interessant aus, gibt es glaube ich so ähnlich auch von Veko Feuerwerk. Der Preis liegt bei ungefähr 2 Euro pro Packung und ja, was sie für diesen Preis können, beziehungsweise ob sie allgemein einfach überzeugen können, davon macht ihr euch jetzt im folgenden Testvideo selbst ein Bild. Meine Bewertung findet ihr selbstverständlich wie immer am Ende des Videos und dann wünsche ich euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß bei der Zündung. Und dann geht's euch jetzt auf jeden Fall. Und dann geht's euch jetzt auf jeden Fall.